Lauft mal alle in diesem Raum wild durcheinander her, bis ich stopp sage. Laufen, 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 laufen. Und nicht auf die Mauern gehen. Stopp! Der Keks ist auf der Mauer. Also nochmal. Laufen, 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 laufen. Stopp! Stopp, nicht mehr bewegen. Stopp! Hallo! Er ist mir drüber gefallen. Was ist mit dem los? Der rennt nicht mehr weiter. Glaub's mir. Der rennt nicht mehr. So. Jetzt stellt ihr einfach nur eure Claymore hin. Nicht bewegen. Nur die Claymore hinstellen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich hab's noch gesagt. Nicht bewegen. Warum steht der hier draußen? Autsch. Der hat gesagt, ich bin drüber gefallen. So. Jetzt einmal springen. Ich hab eigentlich... Ich hab echt gedacht, es überlebt einer irgendwie, aber das ist doch nicht so. Doch, ich hab's überlebt. Wo denn? Eins, zwei, drei. Das hat ja immer richtig gut funktioniert. Sauber. Ja, ich bin zweiter Platz. Guck mal, die ganzen Claymore stehen noch. Na, alle sind weg. Superman. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und wir spielen mal wieder Pink Panther Sagt in Modern Warfare 3. Pink Panther Sagt. Hinlegen. Oh oh. Oh oh. Oh, das war knapp. Pink Panther Sagt. Dreht euch nach rechts und bleibt liegen. Okay. Pink Panther Sagt. Einmal Pfurzen. Und? Stinkt's? So, jetzt fang ich an. Och, das ist ein Befehl und danach nehmt ihr die Grundstellung ein. Och, och, ja. Och, da kannst du dich doch hinlegen. Ist doch kein Problem, wenn du müde bist. Kannst du dich doch gerne hinlegen. Sehr schön. Dann folg mir mal. Noch einer? Noch einer? Pink Panther Sagt. Was hast du denn jetzt gerade gemacht? Was? Da liegt was. Da liegt was. Er verbeugt sich vor dir. Da liegt was. Ich sag doch, da liegt was. Er liegt da. So. Pink Panther Sagt einmal springen. Ja. Zweimal springen. Äh. Trottel. So. Einmal um 180 Grad nach rechts drehen. Hört ihr mich? Einmal um 180 Grad nach rechts drehen. Pink Panther Sagt um 180 Grad nach rechts drehen. Das ist immer spannend, wer nicht weiß, was 180 Grad sind. Oh nein, meine Maus. Sorry. Okay, geht. Die Kugel war schon fast im Lauf unterwegs. So. Pink Panther Sagt folgt mir. Wo ist er hin? Wo ist er jetzt hin? Na hier. Seht euch so an. So. Pink Panther Sagt. Stellt euch hier an dem Kühlschrank auf. Oder was ist das? Waschmaschine. Entschuldigung. Wo bist du? Hier. So. Pink Panther Sagt. Der letzte, der an dieser Waschmaschine ist, stirbt. Oh, jetzt kommen sie aber ganz schnell. Das ist bis jetzt der letzte. Hannover. Nein. Oh, dann kommt noch einer. Ah. Ist jetzt jemand noch nicht hier? Doch, sind alle hier. Nein. Ich erschieße dich nicht. Ich messer dich auch nicht. Oh. Du hast aber da was vor dir stehen. Pink Panther Sagt springt. Einmal. So. Pink Panther Sagt. Stellt euch nebeneinander. Schulter an Schulter. In einer Reihe auf. Mit Gesicht zu mir. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Und? Haben wir es? Prima. So. Pink Panther Sagt. Golden Hole. Ja. Geh in diesen Raum oben rein und stell dein, dein, dein Trophiesystem auf. Ja, ist drin. Pink Panther Sagt. Zornius, geh hoch und stell dein Trophiesystem auf. Wollen sie drinne bleiben? Nein. Das wäre ungünstig. Wenn ihr wieder draußen seid, dann stellt euch. Kann das sein, dass ihr bei... Hast du nicht gesagt, dass sie rausgehen sollen? Was? Niemand sagt, dass ich rausgehen soll. So. Na, machen wir mal weiter. Pink Panther Sagt. Mentox, geh hoch in den Raum und stell dein Trophiesystem auf. Wenn du wieder fertig bist, dann komm hier raus und stell dich an die Wand. Ja, ich will noch weiter leben. Ja, dann stell dich mal da drüben an die Wand hier. Da. So. Pink Panther Sagt. Moment. Super Waschmaschine, Hirn, weiß ich nicht. Geh mal hoch und stell dir ein Trophiesystem auf. Hä? Dann los, stell dich an die Wand. Ich mach's okay, ja. Pink Panther Sagt. Dark Angel, geh hoch und stell dein Trophiesystem auf. Ich werde sterben. Ja. Oh shit. Er versucht zu krabbeln. Ja, was denn soll. Da ist noch jede Menge Platz. Also zwei kriegt man da optimal noch. Niii, das hat nicht funktioniert. So, jetzt ihr beiden. Ich nehme, ich nehme, ich nehme, ich nehme eine Kiste. Ja. Pink Panther Sagt. Kerze. Ich habe 66. Stell dein Trophiesystem auf. Warte mal, ich will hier oben noch hinlaufen und gucken, wie du explodierst. Muss ich letzter sein? Oh, Pink Panther Sagt. Hannover, geh hoch und stell dein Trophiesystem auf. Warte mal, ich helfe dir. Warte mal. So, jetzt. Hast du eine Chance. Oh, hast du Glück gehabt. Habe ich eigentlich was zum Werfen? Oh, ich habe auch was zum Hinstellen, ja. Prima. Na gut. Es müsste ich fies sein. So nach dem Motto, geht mal hoch und stellt mal eure Claimor da rein. Okay. Dann kommt mal zu mir. Pink Panther Sagt. Einmal springen. Pink Panther Sagt. Zweimal springen. Kann das sein, dass sie irgendwie ans Dach dotzt oder so? Ja, ein bisschen. Ja, das Kopf brummt ein bisschen. Na gut. Pink Panther Sagt. Kommt zu mir. Pink Panther Sagt. Stellt euch mir gegenüber in die Wand. So. So. Ne, das sehe ich ja da nicht. Das ist kacke. Muss ich anders machen. Pink Panther Sagt. Der Letzte, der mich findet, stirbt. Tim, 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 tim. Ihr wolltet doch immer, dass ich mal ein Suchen verstecken mache, wo ich mich verstecke. Oh. Oh, da kommt was. Panther Sagt mal Piep. Piep. Da ist kein Weg. Der darf sich doch gar nicht hinlegen, oder? Fakt ist nochmal. Der vor dir war. Habt ihr den schon alle gefunden? Sie sind gerade irgendwie beide wieder in die andere Richtung gelaufen. Zwei haben mich auf jeden Fall gefunden. Pink Panther Sagt, die beiden, die mich gefunden haben, hinlegen. Na jetzt bin ich mal gespannt, wer von euch beiden mich findet. Also, einer muss mich noch finden. Wenn einer von euch... Da sind alle viel zu weit weg. Wenn einer von euch... Psst, Ruhe. Wenn einer von euch beiden mich gefunden hat, der sagt nichts, sondern legt sich einfach noch nur zu mir. Ich hab Angst in meinem Leben. Meine Güte, ne. Echt jetzt? Ne, stell mich mal auf. Vollflatschen Richtung rum. Offensicht... Offensichtlicher hin. Der eine ist da. AIMBOT! Eins, zwei, drei. Die Roma haben hier vorbeigelaufen, auch geil. Kerze? Kerze? Ja. Du weißt schon, dass das komisch aussieht, was du da gerade machst. Ähm... Das ist alltäglich so. Ich wundern. Nur mir jeweils. So, Pink Panther Sagt, stellt euch dort an die Wand. Wo ist dort? Wo ist dort? Welche? Da oben? Da unten. Ne, da unten. Ja. So, Pink Panther Sagt, schaut nach oben. Und der nächste Befehl lautet, dass, ähm, also ihr solltet da nach oben schauen und so lange schießen, bis ihr kurz vorm, ähm, Magazin nach wechseln, füllen irgendwie seid. Und dann werden wir gleich rausfinden, wer am nähesten dran ist. Von daher, Pink Panther Sagt, schieß! Okay. So, Pink Panther Sagt, Kerze? Ja. Ähm, du kommst jetzt mal hierher und schießt denn da auf die Wand. Komm, komm, hierher. Welcher? Auf die da. Bababam, das waren drei Schüsse. So, Pink Panther Sagt, Hannover. Ebenfalls hierhin stellen und da an die Wand schießen. Drei Schüsse. Pink Panther Sagt, Mentox, komm hierher, stell dich auch an die Wand und schieß an die Wand. Oh, ein Schuss. Nice. So, dann jetzt nochmal, äh, Kerze und Hannover. Also, Pink Panther Sagt, schaut mal oben. Und anfangen zu schießen. Trottel. Scheiße. Ach! Trottel. Aber richtig. So, Pink Panther Sagt, stellt euch hier an die rote, an das rote Tor. Da. Oh, Bäsch, hör mal auf an deinem Mikro rumzufummeln. So. Ich werde jetzt hier eine Kiste hinwerfen. Ihr müsst euch vorab entscheiden, bevor ich sie geworfen habe, ob ihr die Kiste nehmen wollt. Ihr müsst dann das sozusagen einmal auslösen und dann dürft ihr sie lenken. Mehr nicht. Also, wenn du der Meinung bist, dass diese Kiste dir hilft, dann gehe bitte jetzt hierhin. Pink Panther Sagt, wenn du der Meinung bist, alles klar. Dann ist es jetzt deine Kiste. Und wir beide müssen uns darauf einstellen, was jetzt auf uns zukommt. Na, wenn du das springen lassen willst, dann wird sie schon kommen. Ja. Ja! Verdammt. Richtig. Na ja, zweiter. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. So, jetzt machen wir beiden auch noch ein paar Faxen. Warte. Mal überlegen. Ah, ich weiß was. Komm mal mit. So. Wer von uns beiden es sozusagen schafft, hinten auf die Raupe zu springen? Ich komme hier nicht mehr weg. So. Du kannst anfangen. Alle. Hopp. Wow. Mal gucken, wie ich das auch schaffe. Alle. Hopp. Nicht geschafft. Oh Gott. Ah, wenn man, wenn man kleinlich ist, dann kann man es noch sagen. Immerhin war es auf den Hoppenrädern. Auf den. Von daher darfst du jetzt, dir jetzt aussuchen, wie du mich töten darfst. Willst. Kannst. Claymore. Einlauf. Claymore. Was war das denn jetzt? Das war eine komische Claymore. Ja, die finde ich. Ja, ich habe auch nicht was gemacht. Er guckt. Und? Oh, 360 oder wie? Okay, vielen Dank für Suche und Hotzerin. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski. Tschüss. 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 Ping-Comedy, wie ich es mag. Ping-Panther sagt oder Ping-Panther fragt. Oder suchen und verstecken, bitte in 4-3. Bisschen C-U-D, dann sind wir alle bereit. Ping-Panther sagt. Ping-Panther fragt. Grüße. Ping-Panther Ping-Panther prend. avaş. Vielen Dank.